Da stand braun Auge, der Mörder. Grad noch aufgehalten von dem Girl, der Beziehungsrettungsversuch zerstöre er, beseitigte mich den Zeugen von der Kirli-Pürrl. Auf Weihwasser eingestanden, hatte wohl Angst vor Identifikation. Wie er mit seinen beiden Banden mich will morden. Aber das hatten wir schon. Da erteilte mir den Auftrag. Mich selbst töten, mir die Versuch. Man solle nehmen, was man austrag. Über Telefonleitung Mädchen, so spricht das Buch. Doch die war beichten nach der Tat. Und so erwachte ich an dreher Raum. Und das Mädchen, das ich gern gehettet bat, sagt mir, gemeinsame Wohnung war kein Traum. Dort, sagt er, die Mitpatientin. Komm, wir machen ihn verliebt. Klingt besser, wenn ich Ärzte fehlerisch bin. Sonst werd ich in den Knast gesiebt. Dort steht sie nun in feiner Weise, Hand auf dem Buch, was für ein Freundeskreis. Und der Junge flennt nicht leise, weil er so viel mehr noch weiß. Dort steht braunem Auge, man soll nicht lügen. Und ich wachse noch mit fünf, auch drei, wohl zwölf. Und ich tät' dies Bild nicht rügen, tät' ich sagen, armes Schäfchen, böser Wolf. Ich erbitt Polizeischutz für die Kleine, bin mir meines Namens jetzt bewusst. Für Strafminderung hätt' er sie gern als seine, nur gibt es nur einen Anonymous. Dort sehe ich Türme, kaum noch gefährdet. War auf Betriebsfahrt, rotes Tier, auf Weihnachten in Hoffnung erdet, Weil wichtig sind hier und mir. Die Kind-Ehr dort und dieser Seite spielen beide ähnlich Spiel. Wenn Braunauge uns Angst bereite, sollt sein Staatsgefängnis ziel. Dort sagt die Schwester, war noch nicht geboren, du gabst den Auftrag. Mein Auftrag, hihihi, mein Auftrag, abbiegen, abbiegen, sonst verloren der Moseberg, wohl irgendwie. Auch dort steht ein Traualtar, der Mitschülerins Tattoo einer war. Ein Name klingt wie bei dem Saal, dort an dem Platz, die Kühlmaschine noch so ein Altarsatz. Jetzt weiß ich's wieder, ich hab geschlafen. Jetzt könnten wir und wer auch immer bat. In Dunkelheit sind wir die hellsten Larven. Nur reicht mein Geld noch nicht, der Schriftzüge tat. Holst du mich ab, bin nicht verloren. Tust du es nicht, brauchst Schleifpapier. Sieben Türme klangen in meinen Ohren, wie Namen und Gedichte von mir. Oh Gott, hab Dank, mich jetzt zu wecken. Oh Gott, hab Dank, ich nimm die Frau. Ich bau dir Wünschesräume, die mit Ecken erblühen in der Liebe tau. Wenn du geatmest, fließen Ströme deiner Wärme, Schöpfer auch. Sind mir wie noch viel größere Türme und wie Gräser sind sie auch. Doch kleine, gute Mainz-Einheiten geb ich nicht her, Frau, oh der Gedicht. Sind sie geschrieben, tun sie weiten, nur Braunauges, letztes Gericht. Und fragte mich, wer darf ich dich covern oder drucken? Stolz mich füllt, mit Handkuss, aber erst, wenn sie geschrieben fragen. Meeren, dass meine Frau mein Baby stimmt. Hallo, wir sind Manda und Martin Kuhl. Wir sind weltberühmt. Wir haben mal Hochhäuser gerettet. Und auf dem Weg sind wir ein paar Mal umgebracht worden, habe ich das Gefühl. Aber ich habe Gott gesagt, also bitte auch auf meine Frau aufpassen. Weil, was bringt das hier so, Frau mich hin zu eiern. Das Gedicht, die Küchenfrau hat sie wahrscheinlich kaputt gemacht. Dadurch, dass ich da hinfliege und meine Gitarre kaputt mache und sage, das ist aber mehr wert, eine kaputte Gitarre als kaputte Hochhäuser und tätowiertes Mädchen. Ich habe ein Mädchen leider schon tätowiert. Hochhäuser kann man retten, weil die wissen, Film reicht. Autoren zum Küchenfraulied schreiben müssen nicht wirklich kaputt geht. Und ich habe noch kein Geld zum Tattoo. Aber die Gedichte sind jetzt fertig. Und ich erinnere mich wieder. Ach, das meinte die Frau, die alle Nase lang vorbeikommt und sagt, man weiß es wieder. Seit drei ihr Jahren. Und ich träume jetzt, ich bin 44 und sie ist so um die 30. War mal umgedreht. Jetzt habe ich nur noch Angst vor Spiegelreaktion. Ich bin nämlich die nächsten paar Jahre heulend abends im Bett gelegen, bis ich ins Internat geflüchtet bin. Meine Mama konnte ganz schön Feuer speien. Die war wirklich sehr streng, als sie den Künstlernamen hörte. Woher kenne ich dieses Lied? Vor ungefähr drei Jahren aufgenommen und vor ungefähr 40 Jahren zum ersten Mal gehört. Only if that own true love was waiting. If I could hear her heart so softly pounding. Lonely since she... Ich kann immer noch kein Englisch. Also, den Künstlernamen von Amanda. Mich von Bob. War wahrscheinlich ein Zickenkrieg. Egal. Sticks are broken long ago. Und wir hatten schon unsere Zeit. Time in love. Und Sohn und Mama haben sich wiedergefunden. Mach dir keine Sorgen. Tante Ediko. So. Dieser andere war viel schlimmer. Der Reinhard May. Oder... Naja, der andere, der zweite Martin Kuhlen bei dieser Veranstaltung im Schwarzwald. Und ich glaube Andreas oder so. Wegen dem habe ich jetzt keine Vorhaut mehr. So. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, das kleine Kind zu sein. Wo die Neurologin sagte, das wird keine bleibenden Schäden hinterlassen. Und ich noch mal eine Zeugenaussage machen muss. Tante Ediko, darf ich dich jetzt wieder Amanda nennen? Wäre das okay? Denk rein. Wir sind mal zusammen in der Schule gesessen. Und die Vorwürfe, die man mir gemacht hat, wegen der ich von der Schule geflogt bin. Wirklich. Der Typ zwei Stockwerke unter mir in Wilhelmsdorf, der war's. Seine Schwester sagte, ich soll ihn mal besuchen, den Andi. An der Tür steht ein anderer Name. Naja. Im Bürgerhospital sagte er, man soll ihn jetzt nicht mehr Andreas nennen. Er nennt sich jetzt Hendrik. Und André wollte er noch beichten, dass er gar nicht Rodriguez heißt. Naja. So eiert man durch die Gegend, bekommt so hier was mit, dort was. Aber wenn du sagst, du bist die Frau von Martin Kulaneck. Ich bin sehr interessiert. Aber ich heiße Stefan. Hell wie dunkel. Just like hell. In darkness we shine the brightest. Ich mein, mal ehrlich, bei mir ist nur die Hälfte des Lebens, Amanda. Du kannst noch froh sein. Bei dir ist nur ein Drittel des Lebens. Alles nur damit Anches Papa, der in Mannheim ein Gedicht stehlen könnte, obwohl es noch gar nicht geschrieben wurde. Ich bin sehr offen für Cover-Versionen. Bei manchen sogar mit Handkuss. Bei manchen, die müssen halt ihre Verträge erneuern. Am liebsten werde ich gefragt, wenn ich weiß, was der Unterschied zwischen dem Wert einer Kugel Eis und einem Blatt Papier ist, wenn ich weiß, wie viele Jahre Hölle man braucht, damit man sagen kann, ich vergaß, was am Tode ich hasse. Und jetzt nur noch Angst vor sexuellen Marionetten oder Autoren, die keine Autoren sind. Immer schön Bibelkettchen gegenbeten. Jede Perle ein Christus, Christus, Christus. Jahrhundert Vielen Dank.